Nun, wissen Sie, es gibt etwas Interessantes in Ihrer Frage. Sie lautet, kann etwas das Klima verändern? Was fehlt in dieser Frage? Wie sehr? Wir haben immer einen Klimawandel. Der Klimawandel ist schwer zu definieren. Aber ich glaube, die Weltorganisation für Meteorologie definiert ihn als einen 30-Jahres-Durchschnitt. Schauen Sie sich die Erde an. Zunächst einmal hat die Erde Dutzende von Klimaregimes. Die Westküste unterscheidet sich von der Ostküste, der Norden ist anders als der Süden. Manche Orte sind sehr stabil, andere sehr instabil. Es gab also nie eine brauchbare Definition. Bis, ich würde sagen, in den 1960er und 70er Jahren, die Lehrbücher für Klimatologie sich nicht so sehr um Veränderungen kümmerten, sondern eher darum, das gegenwärtige Klima zu erklären, das wir immer noch nicht ganz verstehen. Die aktuellen Modelle sind nicht besonders gut geeignet, um das gegenwärtige Klima zu beschreiben. Dann kommen wir zu Ihrer Frage. Was beeinflusst das Klima? Viele Dinge beeinflussen es. Ich meine, der Öffentlichkeit wird gesagt, dass es einen Treibhauseffekt gibt. Den gibt es vor allem in den Tropen. Aber ich meine, er ist kaum das Einzige. Er kann für ein oder zwei Grad verantwortlich sein. Die Frage ist, warum wir uns über eine Veränderung von ein oder zwei Grad Celsius aufregen. Denn Sie sagen, wenn es eine Erwärmung ist, was zählt dann? Nun, warum sollten Sie sich um eine Erwärmung kümmern, die geringer ist als das, was Sie jeden Tag zwischen Frühstück und Mittagessen erleben? Es gibt eine technische Antwort darauf. Und zwar wird behauptet, dass dies der Durchschnitt ist. Dass der Durchschnitt von Dingen begleitet wird, die viel größer sind, wenn man in die Nähe der Arktis und der Antarktis kommt. Und dort kann man die Gletscher schmelzen und die Städte überfluten. Und das wird eine Katastrophe sein. Das macht keinen Sinn. Worauf Sie sich stützen, ist in der Tat etwas sehr Interessantes. Während der Eiszeiten oder vor 50 Millionen Jahren herrschte ein sehr warmes Klima, in dem es in der Nähe von Spitzbergen Alligatoren gab. Also eine Situation, in der es in den hohen Breiten große Klimaveränderungen gab. Und in den Tropen nur sehr wenig passierte. Aber jetzt wird das so interpretiert, dass die kleine Veränderung in den Tropen die große Veränderung verursacht hat. Das ist absolut unwahr. Die Tropen, die mittleren Breiten und die hohen Breiten, sind getrennte Regime. Und es ist die Physik und die Strömungsmechanik der hohen Breiten, die die Hauptrolle dabei spielt, die groß der Temperaturunterschied zwischen den Tropen und dem Pol ist. Wenn sich die Temperaturen in den Tropen um ein Grad ändert, bedeutet das eine Änderung um ein Grad am Pol. Mehr nicht. Aber wie Sie sagen, wie erklären Sie sich das? Wenn ich dies sage und ein anderer Wissenschaftler, der dafür bezahlt wird, das Gegenteil zu sagen, das Gegenteil sagt, hat die Öffentlichkeit keine Möglichkeit, das zu beurteilen. Und das ist ein Problem, das wir von Anfang an hatten. Ein Beispiel dafür, warum das so gefährlich ist. Von Anfang an haben viele Wissenschaftler die Regierung aufgefordert, das zu tun, was sie normalerweise tut, wenn es um ernste Fragen geht, nämlich eine Debatte. Blaues Team, rotes Team zu führen und zu versuchen, die Argumente beider Seiten zu prüfen. Die Regierung hat sich geweigert, eine solche Diskussion zu führen. Dies ist also einzigartig. Sie behaupten, es handele sich um einen Notfall und sie weigern sich, darüber zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie man mit so etwas umgehen kann.